Dritter Tag der Modellbaumesse und es erwartet uns eine ganz besondere Attraktion. Die 501. Legion Star Wars, die Rebellen sind zu uns gekommen. 40 Menschen in original Star Wars Kostümen können Sie hier sehen. Wenn Sie die Rundfunk umgebrechungen mit einer Päädämpare, für die Rundfunk über den Schwiren�� vom Vang wird Ende der Rundfunk. Der Rundfunk 2, Verspям sein, contemporä�, aber eine Rundfunk. Diese Rundfunk 2 hat den Rundfunk in einem Wagen. Fanns da eine Zeit zu schmerzen. Das ist alles, wenn wir jetzt ein Wagen haben. Die Rundfunk 3 war mit einem Wagen. Die Rundfunk 3 war mit einem Wagen zu verabschieden. Bis zum nächsten Mal.